Jo Leute, was geht ab? Ich habe jetzt gleich die Ehre mit dem Christoph Heuermann ein Skype-Interview führen zu dürfen und ich bin echt gespannt, was mich da erwartet. Christoph Heuermann ist der Autor von dem Blog startenlos.ch und da bin ich echt mal gespannt, was mich erwartet. Startenlos hört sich schon echt interessant an und er ist die ganze Zeit irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs, tätigt Investments und vielleicht auch im Immobilienbereich, das wird er uns gleich erzählen. Ich bin gespannt. Also ich freue mich, dich heute hier zum Interview begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christoph Heuermann und du bist gerade in Panama, oder wo treibst du dich rum? Genau, ich bin gerade gestern hier in Panama angekommen von Roatan, das ist eine Insel von Honduras. Okay, du bist digitaler Nomad oder staatenlos, oder wie bezeichnest du dich? Ja, man sagt auch Perpetual Traveller dazu, das heißt, ich bin seit fünf Jahren in der Welt unterwegs, am Reisen. Okay. Ich bin dauerhaft unterwegs und selten länger als irgendwie zwei, drei Wochen in einem. Und du wohnst dann in einem Hotel jetzt gerade, oder wo bist du? Bist du im Hotel, Airbnb, oder wie machst du das? Ich bin meistens in Hotels, weil ich, sag ich mal, im Laufe der Zeit herausgefunden habe, wie man recht schnell eben an einen hohen Status gelangt, günstig Hotels buchen kann. Okay. Da bin ich in den Marriott SPG Hotels weltweit. Okay, und wie viel zahlst du dann, also du sagst günstig, ein normales Zimmer ist immer 200 Euro pro Nacht kostet, kriegst du es dann für die Hälfte oder noch weniger? Ja, ich zahle schon normale Preise, also jetzt zahle ich, was weiß ich, schon so irgendwie 100 Dollar die Nacht, normal ist es so um die 150 Dollar. Also es sind schon recht, recht hohe Kosten, aber es ist einfach sehr angenehm, so die typischen Sachen zu haben, mir dann auch einfach mal vom Room Service Essen bestellen zu können. Das erleichtert einfach das Arbeiten. Okay. Also bist du schon auch relativ viel am Arbeiten, obwohl du auch viel unterwegs bist? Ja, die meisten Leute fragen mich, wie ich das hinkriege, aber meine Routine ist tatsächlich so, dass ich viel reisen muss, um auch viel arbeiten zu können. Dann auch oft mal im Flugzeug oder wenn man irgendwie andersseitig im Transport unterwegs ist, da habe ich mich so ein bisschen darauf spezialisiert, da besonders gut was schreiben zu können und so weiter. Okay, also wenn du dann im Flieger sitzt, dann kannst du irgendwie produktiver sein, wie wenn du im Büro bist oder so? Ja, im Büro bin ich ja eh nie. Also hast du gar nichts Eigenes, also keine Wohnung, kein Büro, gar nichts? Ich habe kein Büro, aber da bin ich nicht. Das heißt, ich habe acht Mitarbeiter, die sitzen alle in Kolumbien, in Medellin, dort habe ein Großbüro, da bin ich halt hin und wieder mal zum Zugherr. Was machen die so deine Mitarbeiter, also verkauft ihr irgendwas, verkauft ihr Produkte, macht ihr Werbung, Affiliate-Werbung oder was macht ihr genau für Geschäftsmodelle? Das Backoffice, die Recherche von meinen Themen, was ich mache, ist Beratung vor allem. Ich berate Leute hinsichtlich Auswandern, Firmenbündung im Ausland. Einige Themen, eigentlich alles, was für internationale Unternehmer relevant ist und ich habe Partner vor Ort, gute Freunde, die einerseits Beratung übernehmen, das heißt, die einfachen Fälle gebe ich an sie ab. Andere gibt es eben noch mehr Mitarbeiter, die sich ein bisschen um die Recherchen kümmern, um die Entwicklung neuer Produkte, das Marketing und viele weitere Sachen. Und ich sage, die Produkte verkauft ihr dann über deinen Blog oder habt ihr da andere noch Vertriebskanäle? Ne, wir verkaufen fast alles direkt über meinen Blog, das heißt, beziehungsweise meine Blogs, das sind ja nur Deutsch, ich bin ja mittlerweile auch sehr stark im Englischen und im Spanischen aktiv. Und wir haben mit Französisch, Italienisch, Portugiesisch am Lauf. Okay, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wie kam das dann dazu? Du bist auch noch relativ jung, 1990 Baujahr, habe ich gelesen. Genau, ich bin 28 und mache das Ganze, weil ich 23 bin, seit einem Jahr. Ja, was ganz lustig ist, wie die meisten meinen, ist, ich habe früher nämlich Staatswissenschaften studiert, Verwaltungswissenschaften, war eigentlich auch für den besten Weg, irgendwie beim Staat zu arbeiten. Habe dann auch ein Studium, ich habe in Konstanz am Bodenbrich studiert, herausgefunden, dass auch durch Praktika und dann im Bundestag und in Brüssel, dass Politik mich doch nicht so sehr reizt und dass irgendwie Freiheit auf politischem Weg zu erreichen, ein bisschen philosophisch ist, in einem Land, wo irgendwie 70 Prozent der Leute vom Staat abhängig sind. Das heißt, ich habe mich einfach darauf konzentriert, mein letztes Studienjahr sehr viel zu lesen über Business, über Marketing, Psychologie und so weiter, um das ständig zu machen. Okay, okay, also kann man das dann so verstehen, deine Beratung und deine Dienstleistung, die du anbietest, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey du, ich habe jetzt auch Bock irgendwie nie mehr daheim zu sein. Dann guckst du dir meine Situation an und sagst, okay, diese Schritte würde ich dir empfehlen, diese Fortbildungsmaßnahmen sind notwendig und dann kann das jeder schaffen oder gibt es Leute, bei denen Hopfen und Malz verloren ist? Ja, ich sage immer, meine Kundenschicht ist extrem heterogen. Ich habe kleine Selbstständige, kleine Online-Unternehmer oder auch Immobilienunternehmer, bis hoch zu mittelständischen Unternehmen, die sich einfach international aufsperren wollen. Oft geht es darum, seinen Wohnsinn zu verlagern, aber nicht zwingend. Wenn man in Deutschland leben bleiben will, hat man natürlich auch Optionen, eventuell seine Steuern auf irgendwie das Unternehmen zu reduzieren oder andere Dinge zu machen. Es kommt immer ganz darauf an, was die Situation ist und dann versuche ich da immer irgendwie eine Lösung zu finden und irgendeine Lösung gibt es immer. Aber Kompromissbereitschaft muss natürlich auch gezeigt werden. Okay, also Deutschland, wenn man in Deutschland bleiben will, ist das, denke ich mal, das günstigste, mit Holdingstrukturen zu arbeiten? Genau, mit Holdingstrukturen innerhalb Deutschlands oder in abgewissen Umsätzen kann man auch durchaus nachdenken, vielleicht ein Nachbarland, irgendwie eine Firma zu gründen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, Polen hat jetzt zum Beispiel ihre Körperschaftsteuer auf 9% gesenkt. Gerade die Leute, die irgendwie in Ostdeutschland wohnen, können das sehr viel Sinn machen, einfach eine Firma über der ganzen zu gründen und da vielleicht zweimal die Woche hinzubekommen. Okay, und du, was für Länder hast du jetzt so für deine Firmen? Kolumbien ist dein Büro, sitzt aber auch die Firma dort? Die Firma, meine Hauptfirma sitzt immer noch in den Emiraten, in Dubai. Und ich habe Firmen unter anderem in Kanada, in Panama hier und auf den Marshall-Inseln. Das sind dann reine Briefe. Okay, und du hast gerade im Vorgespräch auch schon mal erzählt, du machst was mit Immobilien auch? Ja, genau. Das ist eine Frage von mir gewesen, was hältst du von Immobilien, wie findest du Immobilien als Investment? Genau, das ist so ein bisschen zwiespältig bei mir. Auch wegen meiner persönlichen Lage oder meinem persönlichen Lebensstil. Ob ich nun zwar ein relativ hohes Einkommen steuerfrei, aber keine Bank überall auf der Welt würde mir einen Kredit geben. Okay. Deshalb ist eigentlich das klassische Immobiliengeschäft für mich eher schwierig. Dementsprechend habe ich einen anderen Weg gewählt. Und zwar, ich mache mit zwei Freunden aus Wien zusammen Kurzzeitvermietung. Das heißt, wir mieten Wohnungen an und mieten sie teuer weiter. Das Ganze ist auch eher im Luxussegment, also hochpreisige Wohnungen. So ab 150 bis 300 die Nacht. Und da haben wir ein eigenes System entwickelt, das eben sehr gut funktioniert, komplett automatisiert ist. Das heißt, Check-In ist komplett automatisiert. Und wir haben eigene Software, machen die das Payment selber, was durchaus Vorteile hat. Dann kriegen wir das Geld nämlich nicht sofort. Statt wie Airbnb, du kriegst halt das Geld erst bei Airbnb, wenn der Kurs da war. Okay. Die kriegen das Geld und woher können dadurch deutlich schneller wachsen. Und was habt ihr für eine Auslastung dann am Start? Das ist unterschiedlich, aber wir haben so über 90 Prozent, 90 bis 92 Prozent. Ja, sehr gut. Und wie kriegt ihr dann die Kunden, wenn ihr die Plattform nicht nutzt? Wir nutzen Airbnb auch, aber quasi nur zur Auslastungsoptimierung in der letzten Woche. Okay. Vorher nutzen wir andere Plattformen wie Booking.com, gibt viel rüber oder diese ganzen anderen Ferienwohnungsvermietungen. Okay. Du vermietest quasi im Voraus darüber über die ganzen Plattformen. Falls es nicht weggeht, haust du es bei Airbnb noch rein. Genau. Aber wir machen das Payment eben selber, haben dadurch auch die kompletten Kreditkartendaten, was praktisch ist. Wenn jemand einen Plan verursacht, wird das halt direkt abgebucht. Ja, klar, wird unterschrieben dann beim Vertragsabschluss. Genau. Und wir sind momentan vor allem in Wien, Budapest und Leipzig aktiv. Wir machen jetzt auch praktisch viel in Kolumbien und Panama und haben vor, eben auch weltweit zu wachsen und suchen da auch Investoren oder so Leute, die uns Wohnungen zur Verfügung stellen. Okay, und du hast quasi dann eine Wohnungsgesellschaft dafür angemeldet, im Ausland, die alles betreibt oder laufen die Wohnungen separat über die jeweiligen Länder dann? Die Wohnungen werden eigentlich immer lokal angemietet über GmbHs vor Ort, weil es anders meist gar nicht möglich ist. Okay. Weil die das eben anders nicht machen, aber dann wird es eben weitervermietet an andere Gesellschaften, die dann das Business betreiben, ja. Und das Geld quasi, die Einnahmen gehen dann irgendwie in eine Holding, die irgendwie in Panama sitzt oder in Virtual Airlines? West-LLCs und so weiter. Wo war das? Das habe ich nicht ganz verstanden. Über die USA. Über die USA. Okay. Du hast gesagt, du hast einen relativ hohen Cashflow monatlich steuerfrei. Willst du darüber reden, wie hoch der ist oder behältst du das für dich? Ich kann da gerne drüber reden, ja. Ja, und? Wie schaut's aus? Ja, Cashflow im Monat ist so bei 40.000 Euro. Die meiste, also sag ich mal, die Hälfte davon ist aktive Arbeit, eine Beratung, die ich mache, wo meine Partner machen. Aber die Hälfte ist auch passiv und allzu viel, also digitale Produkte, Kommission, Affiliate-Marketing und so weiter. Eigentlich bräuchte ich das nicht machen. Ich gebe doch relativ viel Geld aus bei den ganzen Reisen, aber es ist vielleicht ein Viertel überhaupt von dem, was ich verdiene. Das heißt, ich habe eben recht viel Geld, was ich investieren kann. Und durch meine Arbeit auch ist es natürlich für andere Leute interessant, dass ich da gewisse Investments tätige und die Leute anbiete, ja. Okay. Von dem Cashflow, den du gerade erwähnt hast, musst du da noch irgendwie deine Mitarbeiter bezahlen oder sind die schon rausgerechnet? Das ist schon reingerechnet, ja. Okay, okay. Nicht schlecht, da kannst du es dir ja gut gehen lassen. Wir haben irgendwo in Kolumbien, das ist eben ganz bewusst in Kolumbien und nicht irgendwie in der Schweiz, weil wir dort natürlich deutlich niedrige Nebenkosten haben. Hast du dann Deutsche, Europäer da sitzen, die da für dich arbeiten oder sind das Locals? Wir haben auch einige Deutsche, die für uns arbeiten, die aber einfach vor Ort leben wollen. Und in Kolumbien ist halt sehr schwierig, das heißt, man braucht da nicht allzu viel Geld. Wir haben auch einige Kolumbianer, weil wir eben erst mittlerweile auch sehr viel auf Englisch und Spanisch machen. Das ist das Optimale. Okay. In den spanischen Ländern gibt es da auch so komplexe Steuersysteme wie jetzt in Europa oder ist es da ein bisschen easy? Ja, deshalb wandern viele eben in diese Länder aus, wie hier Panama oder viele andere lateinamerikanische Länder. Hier haben wir das Steuersystem der sogenannten Territorialbesteuerung. Das heißt, alles, was man im Ausland verdient, ist steuerfrei. Nur wenn man im Inland was verdient, wird es besteuert. Okay. Grundsätzlich ist es ja so, wenn man den Weg in die Selbstständigkeit wagt, hat man am Anfang irgendwelche Investments zu tätigen, muss irgendwie gucken, wie man das erste Jahr übersteht. Wie hast du das damals gemeistert? Also ich meine, du warst ja noch relativ jung. Hattest du schon irgendwie fettes Einkommen am Start, wo du sagen konntest, okay, ich spare jetzt einfach mal ein halbes Jahr und kann dann ein Jahr dort im Ausland überbrücken, bis mein Business läuft? Hast du das nebenher aufgebaut oder wie hast du so die Anfangsphase übersprungen? Hattest du schon direkt ein großes Einkommen dann durch deinen Job oder wie ging das? Ja, ich bin quasi direkt nach dem Studium, ich habe quasi meine Bachelorarbeit abgegeben und bin dann nach Mexiko geflogen und ein halbes Jahr gereist von Mexiko nach Kolumbien. In dieser Zeit habe ich mal meinen Blog vorbereitet. Ich hatte gar kein Einkommen. Ich hatte noch, was weiß ich, 10.000 Euro auf dem Konto, weil ich im Studium dann ein Zentrum bekommen hatte. Das war dann quasi nach einem Jahr weg. Das heißt, am Anfang bin ich halt sehr, sehr günstig gereist in den Hostels, günstig gegessen, gekocht und so weiter, habe dann weniger als 30 Euro am Tag ausgegeben. Ich konnte also von dem Konto ganz gut leben. Bin auch nicht geflogen, sondern komplett über Land gereist. Hab dann, nachdem ich den Blog gestartet habe, schon relativ schnell was verdient, aber eben nicht viel. Das heißt, so das erste Jahr mit meinem Blog habe ich so die 1.000, 2.000 gemacht. In einem Jahr oder im Monat? Im Monat dann. Das hat circa drei Monate gedauert, bis ich so den ersten 1.000 im Monat gemacht habe. Ich habe damals die Beratung für, weiß ich noch, für 50 Euro angeboten. Okay. 500 Euro, ja. Und die machst du dann immer über die sozialen Medien oder manchmal auch persönlich, wenn man Lust hat anzureisen? Es ist möglich, das persönlich zu machen, wenn man eben mir folgt. Aber ich sage mal, ich fliege jetzt nicht den Kunden hinterher, dann mache ich das lieber auch nicht. Okay. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du die 10.000 geknackt hast? 10.000 im Monat? Ja. Es hat schon so zwei Jahre gedauert. Ich habe einfach einige Produkte, die ich erstellen musste, Bücher schreiben, Videokurse, die ich erstellen habe und dann einfach so ein bisschen das Netzwerk, was ich halt mit jedem Artikel, den ich schreibe, wird die Webseite beliebter, kommen mehr Leute drauf und irgendwann war dann der Punkt, dass ich das selbst gar nicht mehr handeln konnte und ich habe beziehungsweise auch angefangen habe, das Office aufzubauen. Okay. Wie viele Besucher hast du dann im Monat? Also, dass ich mal so ein Gefühl dafür bekomme, weil ich kenne mich jetzt im Online-Marketing nicht so gut aus. Wie viele Besucher braucht man denn im Monat bei einem Blog, um so die 10.000 im Monat zu generieren? Nur mal so eine grobe Hausnummer. Ich brauche an, was man anbietet. Bei mir sind es halt hochpreisige Produkte. Das heißt, ich brauche relativ wenige Besucher, die mögen, was ich mache, die es dann kaufen. Also ich schätze, ich habe im Moment so um die 200.000 Besucher im Monat, allerdings über die drei Hotblocks und das reicht mehr als genug aus dafür, aber wahrscheinlich auch weniger. Wenn man jetzt so eine Beratung bei dir macht, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich denke, es gibt einige Leute, gerade hier in Deutschland, die keinen Bock haben, hier jetzt im Schnee draußen zu sitzen. Hier schneit es nämlich gerade, wenn ich zum Fenster rausschaue. Und die Arbeitsatmosphären in den großen Firmen sind ja oftmals auch nicht die besten. Und ich denke, es gibt viele Leute, die so raus wollen. Wie läuft es ab, wenn man jetzt so eine Beratung bei dir bucht? Also jetzt mal angenommen, es bucht jemand eine, dann telefonierst du einmal mit dem eine Stunde und sagst, hey, so musst du es machen. Oder begleitest du den so lange, bis er sein Ziel erreicht hat? Oder muss man dann irgendwie nochmal eine zweite Beratung, eine dritte Beratung kaufen? Wie läuft denn sowas ab? Ja genau, also vielleicht kurz zum Wetter. Das ist tatsächlich natürlich auch ein großes Ding. Es geht nicht nur um Steuern, sondern auch um viele andere Thematiken. Ob das das Klima ist oder die Schulpflicht in Deutschland oder andere Sachen. Und es läuft halt so ab, es ist erstmal ein, was weiß ich, 90-minütiges Telefongespräch. Wenn ich eben die Situation ganz genau abfrage, so ein bisschen wissen will, was die Situation ist, aber auch, was sind die Wünsche, die Träume, kurzfristig, langfristig, damit ich genau weiß, wo die Reise hingeht. Da mache ich halt mehrere Vorschläge, erkläre so ein bisschen durch, dass es mit Wohnsitz, mit der Begründung, worum es auch immer geht. Und habe am Ende meist, ich sage, vielleicht kann ich die ganze Welt besprechen, es gibt ja 200 Länder auf der Welt, aber immer so, was weiß ich, drei bis fünf Jurisdiktionen, die ich detailliert durchspreche und dann am Ende auch eine klare Empfehlung abgehe. Danach ist es so, die ganze Umsetzung kann ich natürlich auch machen, aber es läuft nicht über mich, sondern in allen attraktiven Ländern habe ich Rechtsanwälte, Steuerberater und so weiter vor Ort, an die ich dann die Leute weiterleite. Und die kümmern sich dann um die und falls es auch noch Fragen gibt oder Unklarheiten, bin ich natürlich noch trotzdem für die Leute da ein. Dann melden die sich bei dir? Genau, und die melden sich schon öfters mal wieder, auch für ein Beratungsgespräch, aber nicht aus dem Grund, weil das nicht geklappt hat oder so, das vorherige, sondern weil sie happy sind und einfach, sage ich mal, deutlich flexibler im Ausland, wunderschön, mit deutlich mehr Zeit, haben sie einfach neue Business-Ideen, die sie ausprobieren wollen. Ja, und halt im nächsten Step wagen. Wie sind so deine Kunden drauf, was sind das für Leute? Also sind das irgendwie so, Leute fertig beim Studium sind direkt, sind das Angestellte, sind das Familien, was sind so der Hauptkunde und die durchschnittliche Altersklasse? Das durchschnittliche Alter ist so 25 bis 35, würde ich sagen. Teilweise auch höher. Ich habe auch Rentner teilweise, die einfach Kapitaleinkünfte nehmen oder auch schon fortgeschrittene Familienunternehmer, die es so ein bisschen verlagern wollen. Aber ich habe auch sehr junge Leute. Was ich sehr schön finde, ich habe sehr viele Leute unter 18, 16, 17, die leider große Probleme haben, sowohl in Deutschland als auch international, was zu machen, weil bevor sie nicht 18 sind, können sie halt keine Firma begeistert werden. Ja, ja, klar, da muss man halt durch. Und gut planen, gut vorbereitet starten ins Berufsleben. Wie viele Leute? Ich habe viele Familien auf jeden Fall. Ein großes Thema ist halt so ein bisschen der Schulzwang in Deutschland. Viele wollen ihre Kinder quasi frei lernen lassen und da bin ich auch so ein bisschen darauf spezialisiert, die Länder zu finden, wo die sich dann ohne Stress mit dem Jugendamt niederlassen können. Okay. Wie viele Leute hast du dann schon dazu gebracht, dann durch deine Beratung ins Ausland zu gehen? Weißt du das? Also ich schätze direkt, wenn ich alle Beratungen zusammennehme, sind es über 1.500. Okay. Weil viele natürlich auch einfach mal einen Blog lesen, Produkte kaufen, aber dann keine Beratung buchen. Wahrscheinlich nochmal 1.000, also so 2.500 würde ich sagen. Okay, nicht schlecht. Not bad. Und was treibt dich an, den Leuten weiterhin zu helfen? Weil du hast ja schon eigentlich genug Cashflow durch deine Automatisierung. Was treibt dich an? Ja, ich sage mal, es gibt einfach niemanden in meinen Augen, der diese Expertise hat. Es gibt viele, die sich in einem Land sehr gut auskennen. Also über alle Justizitionen hinweg gibt es ganz wenige oder niemanden, der sich wirklich so gut auskennt, den Leuten wirklich zu helfen. Deshalb sehe ich das so ein bisschen als meine Motivation an, das auch weiterhin anzubieten. Natürlich zu einem gewissen Preis. Also 500 Euro ist noch okay für mich. Da kann ich mich zwei Stunden hinsetzen und mit Leuten sprechen, den Leuten helfen. Und ich habe eben auch oft ein recht freundschaftliches Verhältnis zu Kunden. Viele Kunden treffe ich dann mal später, was ich dir anfangen habe, heute Abend treffe ich wieder mit zehn Leuten, die ich irgendwann mal hingebracht habe. Und das, sage ich mal, artet dann auch in anderen Geschäftsmodellen oft aus, dass ich dann mit Leuten vor Ort kooperiere, irgendeine spannende Business-Idee habe. Und genau, das ist eben jetzt nicht nur einmal und dann tschüss, sondern da trifft man sich dann oft auch wieder, ja. Okay, nicht schlecht. Ich denke mal, du hast das steueroptimalste Modell am Start, das es gibt. Zahlst du überhaupt Steuern oder gar nichts? Ja, ich zahle schon Steuern, die ich nicht vermeiden kann, vor allem nämlich die ganzen Umsatzsteuern. Auch zum Beispiel auch, was ich digitale Produkte, die ich verkaufe nach Deutschland, auch darauf bin ich verpflichtet, Umsatzsteuern zu zahlen. Das mache ich auch. Aber ich zahle jetzt keine direkten Steuern, weder Einkommens noch, Kapitalertrags noch, Körperschaftssteuern. Alles über Dubai dann quasi? Genau, also ich habe viermal sitzt in Dubai, in meinem persönlichen Wohnsitz, ich habe mehrere, sind vor allem hier in Panama und in Paraguay und in Thailand. Aber weil ich nirgendwo wirklich fest wohne, bin ich halt nirgendwo wirklich steuerpflichtig. Und dann, du hast einen Wohnsitz jetzt zum Beispiel in Panama, wohnst du nicht fest, wo ist dann deine Anschrift? Hast du einfach irgendwo einen Briefkasten bei einem Kumpel am Haus hängen oder? Genau, genau. So ähnlich. Und dann schaut dann jemand rein, wenn du nicht da bist oder? Ja genau, ich bin, ich habe mehrere Anschriften, je nachdem was ich so brauche, habe ich eine in Thailand oder hier in Panama, die ich da nutze, habe eine Verbrauchsrechnung vor Ort, die ich brauche, um Bankkonten zu eröffnen, aber habe jetzt kein festes Haus. Gut, ich habe eins in Chile, ich habe mir eine Wohnungswohnung vor zwei Jahren in Chile gekauft mit Bitcoin, zum Glück, dass der Bitcoin noch bei 20.000 stand, das war ein sehr gutes Entfernung. Die wird aber gerade noch gebaut, die ist jetzt wahrscheinlich erst in einem Jahr fertig. Hast du ein Neubau dann? Ja, das ist eher so ein kleines Apartment in einem größeren Projekt, das war eine Immobilien-Community für Online-Unternehmer, Krypto-Millionäre und so weiter. Okay. Hast du auch dann einen guten Reibach gemacht mit dem Krypto, haben wir wenigstens ein bisschen was mitgenommen, oder? Ja, ich habe ganz gut was mitgenommen und auch zum Glück halbwegs früh verkauft. Ja, da gibt es ja einige, die haben richtig viel gemacht und andere, die haben richtig viel verloren. Ja, ich habe damals verkauft, dass mein Vater in Krypto eingestiegen ist, der kann doch nicht mein Smartphone bedienen, da dachte ich, jetzt besser raus. Jetzt besser raus. Haben deine Eltern dann auch so was gemacht wie du, sind die auch viel unterwegs oder sind die zu Hause in Deutschland? Ich kann so ein bisschen sagen, mein Vater macht was ähnliches, aber halt rein in Deutschland ist halt einfach, sag ich mal Personalberater, Headhunter, der fährt halt einen Zug durch Deutschland und trifft sich mit Leuten in den größeren Städten, versucht irgendwie zu vermitteln an Firmen, ja. Okay, hast du da schon ein bisschen was aus dem Elternhaus mitbekommen, was das angeht, oder? Ja, mein Vater ist jetzt nicht sonderlich erfolgreich, aber er hat mir schon immer ganz gute Tipps gegeben, unter anderem hat er mir immer gesagt, obwohl das selbst nicht macht, lass andere Leute für dich arbeiten, ja. Okay, das hast du dir natürlich zu Herzen genommen. Eingeträgt, ja. Okay, cool. Gibt es sonst noch irgendwas, was du mir empfehlen würdest, also wenn ich viel Urlaub machen will und möglichst günstig reisen will, wie sind so die einfachsten Wege, wie man da am besten vorgeht, also du kannst wahrscheinlich Business Class fliegen zu Economy preisen, so wie ich dich jetzt einschätze. Ja, natürlich. Geht das? Das mache ich auch mal. Das geht gut, es gibt auch einige Tricks, wie man das gut erreichen kann, generell bei Fliegen, ob es jetzt Business oder First Class oder Economy Class ist, was man sehr gut machen kann, ist, wenn man ein bisschen flexibel ist, dass man einfach auf diese typischen Seiten geht mit sogenannten Aerofairs. Eine Aerofairs ist einfach fehlbepreiste Flugpreise, es gibt viele Webseiten, zum Beispiel 543.com oder secretflying.com oder Urlaubspiraten oder so, da geht man drauf, stregt sich dann wie seine E-Mail ein oder WhatsApp-Nummer und dann kriegt man jeden Tag Notifications, wenn es wieder einen günstigen Deal gibt. Dann kannst du oft Business Class oder eben Economy Class für ein Viertel des Preises fliegen, überall hin auf die Welt. Okay, alles klar. Dann musst du halt immer dahin fliegen, wo es gerade einen Flug gibt und nicht, wo du hin willst, oder? Ja. Sag ich mal, du kannst ja schon mehrere Monate im Vorab planen, wo du hin willst und dann kannst du Filter einstellen, dass dir halt nur die Deals angezeigt werden, was ist nach Thailand. Und wenn du es ein paar Monate vorher machst, dann kommt garantiert ein Deal in der Reisezeit, wo du auch Zeit hast, nach Thailand, gerade nach Asien gibt es da super viel Sachen. Was zahlt man dann sowas? Also wie viel zahlt man jetzt zahlen, wenn du sagst, okay, ich will von Panama nach Bangkok irgendwann. Was ist ein guter Preis für dich? Diese Sachen nur mit Business Class und da gibt es nicht ganz so viele Deals wie Economy, aber ich kann mal sagen, ich hatte zum Beispiel einen Flug von Oslo nach Kapstadt, Südafrika bis und das hin und zurück 600 Euro. Okay. So gut, das war Economy von Frankfurt nach Hawaii, hin und zurück 300 Euro. Oh, nicht schlecht. Oder generell Business Class mache ich maximal so zur Hälfte des Preises. Aber ich hatte letztens einen Flug Emirates First Class von Toulouse auf die Maldedive und für hin und zurück für 1500 Euro. Okay, First Class bei Emirates ist geil, oder? Schon ziemlich nice, ja. Die beste First Class, die du geflogen bist, oder? Ja, die ist eigentlich die einzige First Class, sonst steht eher Business. Aber bei Airlines Business ist eigentlich das, was ich am liebsten habe. Okay. Super. Dann vielen Dank für die ganzen Mehrwerte, die du uns geliefert hast, Christoph. Hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest der Community? Ja, ich glaube, ich habe einiges erzählt. Ja. Der Preiseblog ist vielleicht jetzt wieder einiges interessant, wo ich über meine ganzen Reisen berichte, christoph.today. Und da findet ihr auch Informationen zu weiteren Projekten, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Okay. Das verlinke ich dann unter dem Video oder unter dem Podcast. Ich tue es einfach mal bei YouTube und bei iTunes beides veröffentlichen. Und wenn noch irgendwelche Fragen aufkommen, irgendwie spezifischen, wo du vielleicht der Fachmann dafür bist, dann können wir einfach nochmal ein kurzes Video dazu machen und zwei, drei Fragen beantworten. Genau, gerne. Okay, super. Dann Dankeschön. Dir ganz schön viel Spaß in Panama. Und genießt das schöne Wetter. Ja, es ist nicht so schönes Wetter, aber es ist in der Fall dran. Auf jeden Fall schöner als bei uns. Ich zeige es mal kurz. Sieht man was? Oh ja, es ist schön. Also hier ist es echt schlecht. Sehr schlecht. Sehr gut. Ja, es ist nicht so schönes Wetter.